Hallo ihr Lieben, ich bin in Stolberg gerade, ganz nah bei mir in der Heimat. Die liebe Hannah hatte hier einen Übergriff, sie wurde als Transfrau bewusstlos geprügelt und die Stolberg hat mich persönlich einfach sehr bewegt, weil nicht unweit von diesem Ort ich mir damals entschieden habe, das Leben zu nehmen, aufgrund von Mobbing und Diskriminierung. Und ich habe einfach mich heute hier mit dem Bürgermeister und der Hannah zusammengesetzt und wir haben über Maßnahmen gesprochen, die die Stadt Stolberg machen kann, um queeren Menschen ein sichereres Umfeld zu geben. Der Bürgermeister hat mir gesagt, was bisher initiiert wurde und gesagt, dass jetzt das Thema erst durch Hannah so ins Rollen gekommen ist und ich konnte echt viele Maßnahmen aufgreifen und sagen, hey, wo wir wirklich noch Verbesserungspotenzial haben und ich werde jetzt gucken, es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass ich zusammen mit der Stadt Stolberg da coole Maßnahmen und Projekte auf die Beine stelle um queeren Menschen einfach hier einen sichereren Ort zu liefern. Die Frau Kaltenborn und ich haben im selben Gebäude gearbeitet und ich hatte auf dem Weg und dann habe ich das natürlich direkt gesehen und beobachtet, habe auch gesehen, was hier zugestoßen ist und bin natürlich erst mal da geblieben. Ersthelfer waren zum Glück schon da, um sich auszutauschen und wir sind natürlich jetzt auch sehr oft in Kontakt, um zu überlegen, wie wir denn weiter mit dem Vorfall umgehen. Denn für mich als Bürgermeister steht eins klar, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher zum Arbeitsplatz kommen müssen, auch sicher gehen müssen, egal welche Orientierung oder was auch immer, das ist egal. Und da war ich schon sehr schockiert und daran arbeiten wir, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Kannst du mir kurz erklären, wo wir hier gerade sind und wo wir hier lang gehen? Also wir sind hier direkt am Ritzelfeld-Gymnasium in Stolberg und wir sind hier auf dem Weg, wo auch der Vorfall passiert ist, wo der Überfall passiert ist. Es war ein Montag, so gegen 1 Uhr bin ich in Pause gegangen und ich bin dann diesen Weg entlang gegangen, in entgegengesetzter Richtung. Ich bin vorher am Bastian Zweier, habe ich eine Gruppe von Jugendlichen begegnet, 5, 6 Mann waren das. Ich musste an denen vorbei, die haben mich gemustert und als sie mich gesehen haben, auch schon direkt beschimpft mit Scheiß-Transe, schwule Sau, Schwuchtel, die üblichen Beschimpfungen. Ich habe das auch schon vorher erlebt, auch hier in Stolberg. War natürlich dann wieder mal geschockt, wenn mich das immer wieder schockt einfach, diese Beschimpfung. Das trifft mich total hart und ich war auch wieder total aufgelöst. Ich habe dann meinen Freund angerufen, der ist auch direkt ans Telefon gegangen. Wir haben dann telefoniert, der hat dann auch zu mir gesagt, ja geh einfach weiter. Ich bin dann den Weg zurückgelaufen, habe mit ihm telefoniert und wurde dann in Höhe des Schulhofes von den Tätern von hinten attackiert und zusammengeschlagen. Ich habe so eine Gewalt ja auch noch nie erlebt. Ich habe nur einen starken Schlag gemerkt. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich bin dann zu Boden gegangen und war dann kurz bewusstlos. Als ich dann wieder zu mir kam, war es so, dass ich einen ganz starken Schmerz am Kopf verspürt habe. Ich wusste nicht, wo ich verletzt bin am Kopf, vorne, hinten. Ich bin dann in Panik ausgebrochen, habe angefangen zu weinen, bin dann auf allen Vieren Richtung Schulhof gekrochen. Da haben mich dann die Schüler vom Ritzelfeld-Gymnasium bemerkt. Die sind dann hochgekommen und haben dann Hilfe geholt. Ich habe dann auch ganz, ganz stark geblutet. Das Blut lief mir aus dem Gesicht. Wir waren die ganzen Kleider drüber und ich stand einfach nur unter Schock. Dann haben die Schüler Lehrer hinzugerufen, die mir dann geholfen haben oder die dann den Rettungsdienst und die Polizei verständigt haben. Wie geht es dir jetzt momentan? Ich habe Angst, mich alleine hier frei zu bewegen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich woanders bin, in Städten oder wenn ich irgendwo in der Stadt unterwegs bin, ich schaue mich immer um. Ich meide bestimmte Menschengruppen, man dreht sich öfter um, man schaut, wer ist in der Nähe, wer beobachtet einen, wer schaut einen an. Und das habe ich halt früher nicht gehabt. Ich war früher ein ganz unbeschwerter Mensch, ich konnte mich überall bewegen, ich habe mir auch keine Gedanken gemacht. Das Thema Angst war für mich nie ein Thema, obwohl ich auch schon vorher verbale Beschimpfungen oder verbalen Beschimpfungen ausgesetzt war. Es ist jetzt schon so, dass du wirklich sagst, ey, ich traue mich nicht mehr alleine aus dem Haus, ich traue mich nicht mehr alleine in Stolberg rumzulaufen. Selbst auf öffentlichen Plätzen, wo irgendwie viel Laufverkehr ist. Also hier, wo das passiert ist, sage ich mal, hier um den Weiher rum und hier vorne, traue ich mich definitiv nicht alleine mich zu bewegen. Gibt es Orte, wo du sagst, es fällt dir leichter? In der Einkaufsstraße oder? In einem Einkaufszentrum, das belebt ist, in einer größeren Stadt, da fällt es mir wesentlich leichter als hier. Das muss man leider sagen, obwohl das meine Heimatstadt ist. Aber ich denke, dass die Gefahr für mich hier größer ist als an anderen Orten. Du hast ja quasi gesagt, die Täter waren im relativ jungen Alter. Was für ein Alter war das? Ich schätze, die Täter waren zwischen 16 und maximal 19 Jahre alt. Also es ist schon so das Alter von Schülern eigentlich. Wie stehst du jetzt momentan so dazu? Weil einerseits waren ja dann Schüler und das Schüleralter die Täter. Andererseits waren es ja auch die Ersthelfer. Also es gibt da auch Unterschiede. Es gibt Jugendliche, die neigen zur Gewalt, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt aber, ich glaube, die Mehrzahl der jungen Leute, die sehr tolerant sind. Wie war es für dich eigentlich damals so, als junger Mensch in Stolberg aufzuwachsen? Also wenn ich mich an meine Jugendzeit erinnere, das war ja dann Ende der 90er Jahre. Und als ich so in dem Alter war, 15, war es halt so, dass das Thema LGBTQ überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ich habe sie auf jeden Fall unterdrückt, weil es in meinem Umfeld, wo ich groß geworden bin, hier in der Kleinstadt und auch im familiären Umfeld, mir damals nicht möglich gewesen wäre, mich zu outen. Also ich glaube, ich hätte da die Hölle auf Erden erlebt. Hast du so ein Outing gehabt? Wirklich, dass du gesagt hast, hast dich hingestellt und gesagt, hey Leute, ich möchte euch was sagen. Kam das schleichend? Wie war dieser Prozess bei dir, wenn du das sagen möchtest? Ja, also der Prozess kam bei mir schleichend. Es war dann so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich stehe jetzt in meiner Sexualität und habe das auch in meinem Umfeld dann praktisch, habe mich dann in meinem Umfeld geoutet. Es war dann so, dass ich unterschiedliche Reaktionen bekommen habe. Ich habe die Reichen von Unverständnis bis hin zu, du bist doch verrückt oder warum machst du das? Es gab aber auch Leute in meinem Umfeld, die positiv reagiert haben, die mich unterstützt haben, die versucht haben, mir zu helfen. Also die Reaktionen waren sehr gemischt. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich war jetzt auch schon, ich war jetzt kein ganz junger Mensch mehr. Wie alt warst du ungefähr? 35. Hattest du dich als junger Mensch einfach nicht in der Lage gefühlt, krafttechnisch das zu bewerkstelligen und warst du dir unsicher lange? Also meine Sexualität ist ja die Transsexualität und da war es halt so, dass ich zum damaligen Zeitpunkt, als ich jetzt jung war, wie gesagt, in meinem Umfeld, wo ich groß geworden bin, noch hier in der Kleinstadt, für mich sehr, sehr schwer geworden wäre. Ich hätte vielleicht den Weg gehen können, aber ich hatte auch Angst vor Ausgrenzung. Ich hatte Angst, dass ich vielleicht keinen Job finde. Aber du hast das schon im jungen Alter auch irgendwie gemerkt. Genau, ich habe das schon sehr früh gemerkt, musste das auch jahrelang unterdrücken. Dadurch habe ich auch sehr gelitten. Ich hatte teilweise Depressionen, mir ging es gar nicht gut. Ich war unzufrieden. Ich war mit meinem Leben generell sehr unzufrieden. Und das hat auch viel mit mir gemacht. Also das war sehr, sehr schlimm für mich. Gibt es so eine Sache, die du als heute gestandene, erwachsene Hannah, bei mir gerne der kleinen Hannah sagen würdest? Der 16-Jährigen, 15-, 14-Jährigen Hannah? Ja, ich würde der Hannah im Jugendalter gerne sagen, trau dich mir, sei mutiger, hab keine Angst vor den Reaktionen anderer. Mach dich von anderen Leuten nicht so abhängig. Geh deinen eigenen Weg und versuche einfach glücklich zu sein. Und mach es jetzt. Das wären meine Worte an die junge Hannah. Glaubst du, das wäre für dich irgendwie, dein Leben hätte einen anderen Weg genommen, wenn du dich schon viel früher geoutet hättest? Auf jeden Fall. Also mein Leben hätte einen ganz, ganz anderen Weg genommen. Und ich glaube, dass ich damals dann auch schon viel, viel glücklicher gewesen wäre. Und dass mein Lebensweg sich ganz anders gestaltet hätte, wenn ich mich früher geoutet hätte und dazu gestanden hätte. Aber du hast dich damals nicht bereit gefühlt, weil die Gesellschaft nicht so weit war, du selber nicht so weit warst, dein privates Umfeld, woran lag es? Genau, man muss jetzt sehen, das ist jetzt auch, ja das sind jetzt fast 25 Jahre ist das her. Die Gesellschaft war damals ja nochmal eine andere. Man sieht ja, wie schwer es heute teilweise ist als transsexueller Mann oder auch Frau. Und damals war es natürlich noch viel, viel härter. Es gab ja damals so gut wie keine Hilfestellungen für Menschen, die transsexuell sind. Es gab nichts. Und ich habe mich damals einfach nicht getraut. Ich war blockiert, ich hatte keine Hilfe, ich hatte auch gar keinen Ansprechpartner. Völlig in Ordnung. Also sieht das selber gar nicht so als Ballast an, glaube ich. Ich glaube auch einfach, wenn ich jetzt in der heutigen Zeit in dem Alter wäre, wäre es für mich wesentlich einfacher. Und das ist auch der Fortschritt. Und ich möchte, dass das auch weitergeht, dass die nachfolgenden Generationen, die kommen, noch wesentlich mehr Hilfestellung bekommen, dass die nicht alleine gelassen werden, dass die nicht das durchleben müssen, was ich durchleben musste. Mit den Depressionen, dass ich jahrelang unglücklich war, das sollte niemand durchleben. Wie fühlt es sich für dich gerade an, da zu sein, wo du echt diesen Schicksalsschlag ja schon irgendwo erlebt hast? Ist es ein beklemmendes Gefühl? Ist es mittlerweile irgendwie schon so aufgearbeitet? Ist es nicht weit von deinem Arbeitsweg entfernt, von deinem Arbeitsplatz? Es ist immer noch ein beklemmendes Gefühl, wenn ich hier stehe. Natürlich bin ich jetzt schon oft hier gewesen und habe mir auch den Tatort nochmal angeguckt. Ich denke, das hilft mir auch zur Verarbeitung, damit ich diesen ganzen Vorgang verarbeiten kann. Aber es ist dennoch für mich immer noch schwer. Und ich glaube, wenn ich hier alleine stehen würde, also ich würde es hier nicht lange aushalten. Macht es sich trotzdem irgendwie ein beklemmendes Gefühl, obwohl du weißt, hey, mir kann theoretisch gerade nichts passieren? Also es ist auf jeden Fall ein besseres Gefühl, als wenn ich jetzt alleine hier stehen würde. Aber es ist irgendwo dann trotzdem noch ein bedrückendes Gefühl, wenn mir hier diese Sache passiert ist. Und ich muss immer daran zurückdenken, an die Tat und an die Schmerzen, an die schrecklichen Gefühle, die ich hatte. Was ist so die erste Sache, an die du dich wieder erinnern kannst? Also die erste Sache, an die ich mich erinnern kann, ist praktisch, dass ich wach wurde, mir an den Kopf gefasst habe, ganz, ganz starke Schmerzen hatte. Ich habe angefangen zu weinen. Ich habe mich dann aufgerafft und bin praktisch auf allen Vieren Richtung Schulhof gekrabbelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hatte einfach nur Panik. Und das waren die ersten Gefühle, die ich hatte, nachdem ich wieder zu mir kam. Du bist quasi den Weg zur Schule gegangen und ich habe dann auch Schüler aufgenommen und quasi als Ersthelfer dir Hilfe geleistet, haben dich quasi unterstützt. Die kamen dann auch hoch, als sie mich bemerkt haben. Die waren natürlich auch schockiert. Die sind dann direkt reingelaufen, haben Hilfe geholt. Dann kam eine Betreuerin oder eine Lehrerin, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, kam hoch und hat dann Hilfe geleistet. Das war die erste, die hier war, die mir dann geholfen hat und ja, so ging das dann praktisch, war das dann eine Kette, die sich ereignet hat. Ich saß hier, es kamen immer mehr Menschen dazu, die Polizei wurde gerufen, der Rettungsdienst wurde gerufen, ich wurde versorgt und ich habe die ganze Zeit nur geheult. Ich stand unter Schock, ich habe gezittert. Solche Gefühle habe ich noch nie gehabt. Wenn du jetzt den Menschen da draußen was sagen könntest, um ihnen zu helfen, um ihnen Mut zu machen, was würdest du anderen Gleichgesinnten oder ebenfalls queeren Personen sagen? Ja, ich würde sagen, versteckt euch nicht, lebt euer Leben, seid mutig, geht nach draußen, zeigt Flagge, lebt das aus, was ihr seid. Lasst euch nicht von anderen Menschen entmutigen, die vielleicht was dagegen haben oder die eure Lebensweise kritisieren. Ihr seid einzigartig, ihr seid toll und so wie ihr lebt, das ist eure Sache, da darf niemand, egal ob das Familie ist, Freunde, Verwandte, darf niemand drüber urteilen. Ja, das hast du schön gesagt. Der Programm ist aber wirklich super, super offen gegenüber den ganzen Kampagnen und Maßnahmen, die ich vorgeschlagen habe. Und wir haben uns darauf geeinigt, wir werden jetzt Maßnahmen konkretisieren und sagen, wir werden bestimmt das und das und das und das und das umsetzen. Wir haben uns dann eine Deadline von fünf Monaten gegeben und ich bin sehr gespannt, dass wenn ich in fünf Monaten wiederkomme, welche Maßnahmen denn schon wie weit sind und was alles hier in Stolberg sich bewegt hat.